Auf einer Reise durch Südamerika begegnete mir in Ecuador eine fast 100-jährige Frau. Sie sprach Deutsch und stammte aus Prag. Hallo. Aber wir arbeiten auf dem Niveau des Traumes, nicht auf dem Niveau des intellektuellen Ratschlags. Wir gehen hinter das Intellektuelle auf eine andere Ebene, dass diese andere Ebene das Intellektuelle komplementiert. Das war's.